ein hallo und herzlich willkommen zu einem zweiten letzte live der staffel 2 so ach so ja genau wir konnten ja nicht schlafen ähm gut dann bauen wir erstmal eine steinschwitzhacke können die hier genüsslich rausschmeißen und so also wir haben keine sticks okay gut wir werden erstmal da hinten den spinnen spawner da abschlachten inwiefern wir das auch schaffen werden mal sehen wir konnten es übrigens gerade nur boots machen dann sind wir wenigstens ein bisschen ein kleines kleines bisschen protected so ja alles klar schauen wo der ist okay gut dass jedenfalls cool ist es ist immer gut jeder wird ja irgendwo sein erstmal kurz kohle abbauen und dann gehen wir mal hin so ach ja kohle 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 jeder braucht aber es scheiße abzubauen nicht so kommen das war's doch das ist ja komm das war's jetzt aber ne und stu jawohl gut wo ist dieser spinnen spawner ja so muss er hier irgendwo sein äh quatsch hiermit na das gibt's doch nicht irgendwo muss er sein das ist eigentlich ist hier voller ne och ne kohle kommen och ne oder ist er unter mir vielleicht ah aha okay machen wir uns erstmal hier ein bisschen platz wäre eigentlich ganz gut die kohle abzubauen wir sind halt noch am anfang kann uns halt gebrauchen naja machen wir das mal gerade schnell schnell in anführungsstrichen ne so das ist jetzt ein horror für mich darunter zu fallen echt oh mein gott ja dann würde ich schreien so komm schon so 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 wie gehen wir da jetzt gleich vor einfach rein rushen wird relativ schlecht funktionieren denke ich hm wir haben auch keinen bogen ne wir haben auch kein dings ach scheiße wie machen wir das mal sehen wir bauen uns gleich mal irgendwas vielleicht fällt uns ja was ein also da unten sind die spinnen die müssen ausbauen oder wenn sie hochkommen vielleicht schaffe ich zu treffen nah wie es wollen ja mal neu er ist es scheiße ich komme erst mal ein neues schwert das ist schon fast kaputt hier so so m mist 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 äh ich mache ich bin jetzt heute irgendwie immer das falsche werkzeug warum sind die auch so hoch also tief da drin komm schon komm schon komm schon weißt du sonst klettern sie immer überall drauf und jetzt ähm ne quatsch falsch so und 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 so so vielleicht kann ich jetzt erwischen ja nur so dass halt schon die gröbsten weg sind ach ich bin immer noch zu niedrig hab ich dann ein problem wenn ich das mache ach ich versuch's mal nö eigentlich wenn ich hier so einen hin mache kann nichts obwohl mhm wenn ich hier noch einen hin mache dann kann ich die von hier aus schlagen kann ich da vielleicht packern sitzen komm schon wieder weg nein ok geht noch nicht oh gott sei das viele ich hasse spinnen wie ich sie hasse wie ich euch alle hasse machen wir das nochmal weg und bauen uns noch eins tiefer irgendwie geht das ja es geht oh 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 das ist aber eigentlich ganz gut wenn sie dann alle hier hinkommen hier eine hätten wir äh vielleicht mal hier dran da kommen sie auch hin so hahaha like a boss so kommt 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 alle sterben 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 hier habt keine chance so jetzt da ah geh weg geh weg geh weg so kommt ein platz hier ich konnte jetzt noch spawnen bei einer Fackel ich weiß es nicht ob die wahrscheinlich brauchen die mehr ok jetzt like a boss ganz schnell ganz ganz schnell ich weiß da ist was ich weiß oh mein gott oh mein gott so wir dürfen nicht vergessen wir sind ja immer noch im hardcore modus von daher ja aufpassen aber hat ja gut geklappt oh eisen ok und hier auch noch mehr eisen redstone ok gut so machen wir den vorsichtshalber mal kaputt machen damit wir die fackeln wieder mitnehmen können oh mein gott ok so so hallooo oh mein gott so oh das ist ja geil wenn die waffen kaputt gehen dass das jetzt so eine animation hat so so oh nein jetzt kann sie durch jetzt kann sie durch so ich wollte eigentlich hier unten machen so ich bin ziemlich müde heute deswegen nicht wundern falls ich mich ein bisschen anders anhöre beziehungsweise ein bisschen gelangweilter so komm schon ähm hä 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 wir sind passend anders hier wie komisches geräusch das hätte ich noch nicht gehört vorher hätte die erste dieses armen die konzern knauschen würde ich so so würde es jetzt beschreiben aber mein gott auch habe ich mich habe ich mich erschreckt ach gott oh mein gott die skelette machen anscheinend diese geräusche ach da ist mein haus so super ok aber hatte ich mich eben erschreckt ohne witz oh mein gott ok gut hier geht es runter aber ich darf nicht überstürzen man es ist im hardcore hier echtes das könnte auch daneben gehen ich höre da was das wird oben gewesen sein hoffe ich doch boah das war eben echt ein schrecken so ähm vorsichtig haben wir noch was zum hochbauen so ok ja komm ich hasse wasser jetzt geht zu komm schon komm schon ja gut zombies sind ja nicht so schlimm das ist ein creeper ok der hat mich noch nicht gesehen dann bauen wir das hier erstmal ab so wollten ja eigentlich nur die nacht tot schlagen aber jetzt ist ja schon tag aber wenn hier schon eisen ist dann kann man das natürlich gleich mitnehmen ich will auch nicht zu tief rein weil wie gesagt wir sind erst am anfang und ähm im hardcore modus und wenn es da natürlich ja wenn wir da sterben dann war es das ich sehe es eh schon mein tod kommt durch den creeper es wird so sein oh Gott ich konnte eben nicht weg oder was hinter mir war ich muss oh Gott puh das hätte es schon gewesen sein können aber ok ich habe es überlebt dann gehen wir jetzt nochmal raus in unseres Haus und hey voll der Reim haha warte ich habe Angst aus dass ein creeper ist da oben ich gehe lieber durch den Spinnen Spawner durch so so da kann mir nichts passieren so genau gut trotzdem hier vor der Salva zubauen so und jetzt sind wir wieder in Sicherheit habt ihr das gehört? da war tatsächlich ein creeper da oben gut 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 also oh 12 Cook Porkchops jetzt habe ich noch die hier ok 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 erstmal zu ordnen hier ok ok wir können ja nicht so richtig ordnen ok ich sage zu oft ok so 12 ok dann ich will kein ok mehr sagen ok gut ja ich jetzt mal so ah stick 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 ich bin heute leicht verwirrt so jetzt machen wir uns gleich mal ein Stack obwohl reicht wenn wir uns so so dann haben wir genau 36 oh scheiße man wir brauchen ja 16 egal 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 jetzt haben wir 36 heute auch Gott bin ich heute durch ohne Witz ich wette hier ist irgendwo ein Creeper ich wette 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 es gut komm brate 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 komm schneller 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 ähm das Bett nehmen wir gleich wieder mit wollen wir gleich wieder weiterziehen so jetzt mach hin Schwert legen wir uns mal vorsichter auf die 1 wir könnten uns auch gleich schon einen Bogen bauen auch sehr gut obwohl ah ok wir haben nur einen Pfeil haben wir Flinsen ne mhm ok gut haben wir noch 7 Stakes bauen wir den jetzt auch ab so ich würde sagen rennen falls ein Creeper hinter uns ist und er ist es hahaha ok jawoll das erste Mal dass ich mich geil gefühlt habe jawoll jetzt habe ich einen Creeper verarscht yeah oh ja so muss das sein ach ja so ist das da freut man sich doch gleich doppelt wenn man aus seinem Haus rauskommt und nicht getötet wird sondern den Creeper tötet yeah das ist schön ach ja müde 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 ach ich nehme aber auch immer so spät auf das ist nicht gut na gut so ja so hab ich glaube schon mal ich weiß nicht hab ich schon mal gesagt jedenfalls ähm für die die das LP together das Let's Play together verfolgen das wird jeden zweiten Tag hochgeladen bis wir keine ähm Folgen mehr haben von daher bis jetzt ungefähr Bescheid wieder uploaden upload plan aussieht so was war das gut okay ah schön hier echt ähm das Haus lässt sich noch stehen ist ja auch nicht so wertvoll die Sachen die ich da hab oh ich hab kein Holz mehr scheiße ist vielleicht doch nicht so unwertvoll ähm kaum Bäume hier das ist schlecht okay egal wir bauen nochmal kurz hier Holz ab so 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 und so und so und das ist hinten nochmal da hinten ist ein Creeper da will ich ehrlich gesagt gerade nicht hin so 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 und so okay ja ich würde sagen wir beenden jetzt mal den Part jetzt haben wir glaube ich 10-15 Minuten aufgenommen oh oh Sumpflandschaft okay mit vielen Bäumen da können wir auf jeden Fall nächstes Mal Holz holen ich bedanke mich fürs Zuschauen wir sehen uns dann das nächste Mal haut rein lass knacken und bis dann ciao ciao ciao